Die Garage eures Apartments, die ist hier frei begehbar und ein von euch angestellter Mechaniker sogar, der repariert bei Bedarf eure Kranen oder der fährt hier auch euch direkt vor die Füße auf die Straße. Ja bei der Menge von Luxuskarossen, die hier der Charakter stehen hat, hat er sicherlich schon fleißig GTA Online gespielt. Wir haben hier einen Lambo, wir haben einen Lexus, einen hochgebockten Truck da im Hintergrund, ziemlich hoch sogar und der erinnert ein bisschen an Trevor's Truck, der ja schon auf einem Screenshot zu sehen war. Ja unser Typ begibt sich hier auf eine Spritztour bei Nacht durch Los Santos und wir sehen hier tolle Beleuchtungseffekte auf der Straße und hinten das Schild von der BORSEC Aktienhandelsgesellschaft. Ja der Spieler hat hier scheinbar Lust auf ein Straßenrennen mit Luxusautos und irgendwie erinnert mich das Ganze hier an Rockstars Arcade Racer Midnight Club. Wobei ich nochmal erwähnen will, dass die Fahrphysik hier in GTA 5 nun deutlich weniger schwammig sein soll als noch in GTA 4. Also irgendwelche krassen Fahrmaneuver zum Beispiel im Gegenverkehr sollen jetzt viel besser möglich sein. Ja und solche schnellen Rennen startet ihr, indem ihr einfach einen beliebigen Punkt auf der Karte als Ziel festsetzt. Jetzt zum Beispiel so ähnlich wie in Forza Horizon zum Beispiel. Neben den Schnellrennen gibt es halt auch noch die typischen Rundkurs, GTA oder Rallye Rennen. Also bei den GTA Rennen ist es halt der Einsatz von Waffen erlaubt. Während dem Straßenrennen kann es natürlich auch passieren, dass andere Spieler euch eure Bahn kreuzen. Zum Beispiel wenn die jetzt gerade von irgendwelche Leute von Cops verfolgt und gejagt werden, dann kreuzen die auf einmal euren Rundkurs oder eure Rennstrecke. Also für genug Action ist also gesorgt. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal zur nächsten Szene. Eine Stuntflugzeugherausforderung über der Seilbahnstrecke vom Mount Chiliad ist hier zu sehen. Und ihr müsst durch die bunten Checkpointkreise hier fliegen und zusätzlich noch Erster werden, logischerweise. Und scheinbar könnt ihr hier auch eure Gegner crashen und zum Explodieren bringen, was hier durch diese ziemlich coole Explosion gezeigt wird. Und man sieht ja auch noch, was mir aufgefallen ist, dieses Hitzeflimmern vom Motor, von den Motorabgasen. Da kommen noch für mich Erinnerungen an Pilotwings fürs N64 hoch. Naja, das waren Zeiten. Nächste Szene. Wenn ich das hier richtig sehe, liefern sich ja sieben Spieler ein Jetski-Rennen, beziehungsweise ein Wave Race. Und brettern hier waghalsig unter dem Del Piero Pier, also das ist ja der Santa Monica Pier im Real Los Angeles, hindurch. So ganz waghalsig. Und weiter zum nächsten Checkpoint am schönen West-Putschibi. Das Rennen scheint hier ein Rundkurs-Rennen zu sein. Man sieht es ja am Lab, Current Lab, wo dann noch die Position ist zu sehen. Sechster. Ja, alles ist hier wieder super schön ausgeleuchtet. Das Wasser mit der Gischt steht klasse aus. Und auch durch die realistischen Wolkeneffekte wirkt das ganze Szenario wie ein richtig genialer Tag am Strand. Ach ja, und im Hintergrund übrigens noch der Tower vom Flughafen, glaube ich. Hier rechts, ne? Und etwas weiter links ist wieder die Vincent Thomas Bridge beim Hafen zu sehen. Jetzt das Ganze nochmal aus der Unterwasser-Perspektive mit einigen schönen Lichtbrechungen. Ja, nach den ganzen schnellen Rennen nehmen wir jetzt einfach mal etwas Tempo aus der Sache und springen in einen aus GTA San Andreas bekannten Lowrider. Damit könnt ihr auch mal ganz gemütlich durch La Santa's cruisen und wir hier einfach dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Links ist es, glaube ich, ein Pejoti, so wie ich das sehen kann. Also das Fahrzeugmodell. Ich finde einfach, das sind verdammt edle Autos. Die gefallen mir einfach noch besser als Sportwagen zum Beispiel. Und apropos gemütliches Cruisen. In GTA Online gibt es dafür einen Passivmodus. Einen sogenannten Passivmodus, den ihr aktivieren könnt, um jetzt nicht von anderen Spielern gekillt zu werden. Also wenn ihr jetzt aber im Passivmodus auf einen anderen Spieler ballert oder einschlagt, werdet ihr wieder in den Aktivmodus versetzt. Und ihr seid angreifbar. Also, da möglichst den nervösen Abzugsfinger stillhalten, da habe ich ja immer so meine Probleme mit. Ja, und die beiden Leutchen, die cruisen hier auf dem Weinwood Boulevard, lang in der Nähe vom Chinese Theater. So, und da hinten seht ihr ja so einen Republican Space Ranger, so ein Master Chief Typ. Steht da im Hintergrund. Und erkennbar sind hier noch die tollen Details an den Low Raidern hier, wie die verkromten Stoßstangen, die klassischen Weißwandreifen im Stil so der 30er Jahre. Ja, und die kleinen Metallstangen da auch unten an der Seite, die so die Curbfeelers genannt werden. Die verhindern halt, dass ihr euch die Felgen an der Bordsteinkante abschrampt. Und wir haben hier noch eine Fehlzündung am Auspuff, noch als so kleines Detail am Rande. Ich würde sagen, aus der chilligen Szene springen wir jetzt mal in die nächste Szene. Meine Fresse, hier ein richtig geiler Ausblick auf den Leuchtturm am Cape Catfish, nur eben aus einem anderen Blickwinkel, ja, mit den Sonnendunst- und Spiegelfekten auf dem Wasser sieht das hier, die ganze Szenerie, mal wieder echt malerisch aus. Einfach nur Hammer. Also, hat mir mit am besten gefallen vom Trailer das Bild hier. Also, was heißt, die Szene, ne? Die Gebäude rechts hier neben der Bergkette sehen wie ein Industriegebiet aus, ja, und die Spieler hier im Vordergrund, die crossen, so wie es aussieht, frei durch die Gegend, also ohne jetzt direkt ein Rennen zu veranstalten, also so eine Art Free-Modus, ne? Und das Ganze halt mit Quads und verschiedenen Motocross-Bikes. Wen haben wir denn hier? Ein neuer Singleplayer-Charakter. Ich denke mal, jemanden, den ihr in der Story durch euren Kumpel, also durch Franklins Kumpel Lamar kennenlernt wird das sein. Ja, der gibt euch hier scheinbar ein Päckchen Koks, so wie es aussieht. Das erinnert mich irgendwie daran, ne? Und das könnte also heißen, dass eine Drogendeal-Mission hier über die Bühne geht. Ja, und das Ironische halt an der Szene, links auf dem roten Schild steht hier keine Waffen und keine Drogendeals unter anderem. Ja, okay, ich würde sagen, nächste Szene. Irgendwo in den Rockford Hills sind hier einige Player mit Fallschirmen abgesprungen und greifen aus der Luft eine gut bewachte Villa an. Seht ihr ja, Haufen Security-Typen auf dem Dach. Also, steht schon mal fest, dass während ihr durch die Luft segelt, ihr auch ballern könnt. Ja, mit der Uzi zum Beispiel, ja? Ja, hier der Security-Typ, der ist down und der Weg ist jetzt auch sicherlich frei, um den kleinen Palast hier zu plündern. Ja, das scheint hier wieder ein Travers Wohnwagen statt Sandy Shores zu sein. Und ja, und der Typ hier schmeißt hier, ich habe erst gedacht, das ist ein Molotow-Cocktail, aber es sieht aus wie eine, ja, Dynamitstange oder eben eine Bombe mit Zeitzünder. Das schmeißt hier auf die Wohnwagen, hier der Biker, weil hier ist die Lost MC-Flagge zu sehen. Also die Lost Biker, die Westküsten-Version der Lost MC-Biker aus GTA 4, Lost and the Damned, ne? Also entweder liefert ihr euch hier ein Gefecht mit einer anderen Crew oder der Kampf findet gegen eine KI-gesteuerte Lost MC-Gang statt. Also praktisch so wie KI-Militärs im Flugzeughangar, ja? Ja, und hier das F-16-ähnliche Jet, was auch schon am Anfang des Shores zu sehen war, gibt hier den Wohnwagen mit einem Luftschlag den Rest. Also falls ihr jetzt da Lost MC-Biker drin waren, sind die jetzt auf jeden Fall Toast. Ja, nochmal, wegen dem Luftschlag im Online-Modus könnt ihr dafür private Sicherheitsfirmen per Handy beauftragen. Also sprich, ein Anruf und ein Kampfjet wie das hier legt gleich mal ein ganzes Gebiet in Schutte und Asche. Call of Duty-like, ne? Ja, im Hintergrund noch der verdreckte Elemo-See und dahinter wieder Mount Chiliad. Auf der Website elitestravel.com könnt ihr scheinbar Flugzeuge kaufen, ne? Der Schamal hier, den kennt ihr ja schon aus einem anderen Singleplayer-Screenshot, der kostet ihr gleich mal schlappe 1,15 Millionen US-Dollar, ja? Und wenn ihr jetzt bedenkt, dass euch die größten Raubüberfälle rund 30.000 Dollar einbringen, müsst ihr für so eine Kiste schon ganz schön viel tun, ne? Können sich demnach wahrscheinlich nur die reichsten Spieler leisten. Die reichsten GTA-Online-Spieler und, ja, die schon einige Zeit mit Überfällen im Online-Modus verbracht haben. Ja, interessant finde ich hier ist noch der Spritpreis, der steht, da hier ein Flug von Küste zu Küste angeblich 50.000 Dollar kostet. Momentan ist noch nicht bekannt, ob man Flugzeuge auch wirklich betanken muss oder ob das nur eine Anspielung von Rockstar an die Weltwirtschaftskrise ist. Hier hat er sich wahrscheinlich dann doch für ein rot-weißes Privatjet entschieden und fliegt hier in Richtung Nordosten über Blaine County und Sandy Shores. Ja, hinten rechts ist wieder das Industriegebiet zu sehen, was ja aus dem anderen Katz schon bekannt ist. Und zwischen den Bergen sollte ja Cape Catfish mit dem Fluss sein, der hier in den Elemo-See mindet. Daneben, das ist, denke ich mal, die Route 68 und ist ja mit die größte Verkehrsstraße im Spiel. Und weiter links wieder hier der Elemo-See mit dem tollen Blick auf die Elemo-Küste. Der Buzzard-Helikopter hier überfliegt die Stadt bei Nacht und ihr könnt hier die Innenbeleuchtung auch schön sehen und die Beleuchtung der Instrumente. Ein kleines Detail am Rande. Ja, auf jeden Fall waren die Rockstar sehr detailverliebt. Ja, und da unten findet wohl gerade wieder ein Autorennen statt mit Luxuskarossen. Die biegen hier so links ein auf diese Hauptstraße. Nachdem schwenkt hier nochmal ein netter Blick auf die Skyline von Los Santos bei Nacht. Der Content Creator in Aktion. Mit dem Content Creator könnt ihr eure eigenen Missionen, Rennen und Deathmatches gestalten. Ja, und die dann über den Rockstar Social Club mit anderen Spielern teilen auch. Ja, andere Online-Gamer können dann eure Best-Scores und Best-Zeiten schlagen und auch die von euch erstellten Missionen und Herausforderungen bewerten. So mit Sternen, ne? Und im Stil von Twitter könnt ihr dann auch eurem Lieblingsbastler mit den geilsten Kreationen folgen. Ja, hier im Video wird gerade ein Checkpoint-Rennen gebastelt und das Ganze läuft super simpel ab und spricht praktisch einfach den Marker auf eine bestimmte Stelle setzen und der Checkpoint oder halt Start und die Zielmarkierung sind dann gesetzt. Analog dazu möchte Rockstar halt später noch mehr Möglichkeiten zur Map-Gestaltung in den Online-Modus mit einfügen. Der Spieler setzt hier bestimmte Punkte für Waffen auf die Map und es scheint sich hier um ein Deathmatch-ähnliches Game zu handeln und dort sehen wir halt noch einen Pick-Up-Truck, der wird hingesetzt für ein wenig Fahrzeug-Action. Ja, und los geht's auch schon. Eine schöne Explosion hier mit dem Kamerawackler noch und jetzt geht er in die Waffenauswahl und neben dem erweiterten Magazin hat er auch noch einen Frontgriff an seiner AK und ja, wie ihr hier oben sehen könnt bei Accuracy verbessert hier der Griff die Genauigkeit der Waffe. Ja, und jetzt geht's darum, umschalten erstmal auf den Raketenwerfer, weil wir haben hier so einen Buzzard, der nervt uns so ein bisschen und den entschärft es danach auch in einer gewaltigen Explosion. Klar, Raketenwerfer hat eine Menge, Bums drauf, One-Shot-Kill. Ja, hier weiter ein klassisches Offroad-Rennen mit einem Cross-Motorrad, einem Dünen-Buggy, seht ihr, und zwei mächtigen Pick-Up-Trucks im Hintergrund. Ja, im Hintergrund ganz hinten ist wieder die aus Trailer 1 bekannte Windfarm zu sehen. Soll, denke ich mal, die San Gorgonio-Pass-Windfarm in der Nähe von Los Angeles sein, also einer der drei größten Windparks in Kalifornien. Und zu guter Letzt fährt hier noch der aus der Blitzplay-Mission bekannte, also der aus der Single-Player-Mission bekannte Gruppe 6 Panzerwagen um die Kurve und wird auch ähnlich wie im Single-Player von eurer Crew aufgesprengt mit ein bisschen Semtex oder was ist das, C4. Auf jeden Fall wird es wieder Sprengstoff geben, auch im Online-Modus. Und der wird auch gleich ausgeraubt. Ja, euer Kumpel hier im Buzzard-Heli hält in der Zwischenzeit die Security-Leute im Panzerwagen in Schach und das ruft natürlich auch gleich die Cops auf den Plan. Aber ihr seid schon mit euren Leuten unterwegs in Richtung Sonnenuntergang und werdet auch bestimmt gleich die ergaunerte Beute an einem sicheren Ort aufteilen. Ganz romantisch in der Fast and the Furious-Manier. Ja, und das war's soweit zu meiner Analyse vom Online-Gameplay-Trailer von Grand Theft Auto V und nun nochmal alle wichtigen Fakten zum GTA V Online-Modus in einer praktischen Übersicht zusammengefasst. Also das Video mache ich separat, macht mehr Sinn, denke ich, und das werde ich auch noch in den nächsten Stunden nach dem Online-Gameplay-Trailer hochladen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bye, bye, bye.